Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Das Drei-Frage-Zeichen-Orakel am 28. September 2020 Die erste Frage ist, was denkt er, das zeigt die Hohe Priesterin und hütet die Geheimnisse des Lebens, hütet ein geheimnisvolles Buch, das Schicksalsbuch, wo die Schicksalswegen beschrieben sind. Das ist ihm bewusst. Entweder interessiert er sich für Spiritualität oder er weiß, es kommt eine Schicksalswende, eine große Veränderung und trifft auch schicksalhafte Entscheidungen. Außerdem, er ist überzeugt davon, dass eure Begegnung ist auch schicksalhaft, weil in diesem geheimnisvollen Buch ist es geschrieben. Diese Karte bedeutet auch Nachricht und das sind seine Erwartungen. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Er ist in diesem Kreuz angekommen, in seinen Lebensweg und überlegt sich, wie soll es weitergehen. Er trifft gerade schicksalhafte Entscheidungen. Und die dritte Frage ist, was vermittelt er? Das zeigt hier Justitia. Das kann eine rechtliche Lage sein. Oder er kämpft um die Gerechtigkeit und er braucht das inneren Gleichgewicht. Diese Waage symbolisiert auch Partnerschaft und es könnte ein Neuanfang sein. Falls er noch verheiratet ist, könnte die Scheidung bedeuten. Und jetzt kommt die Tagesbotschaft aus dem Mieze Katze Kartendeck. Das ist mein eigener Kartendeck und die Botschaft ist Oh, keiner liebt mich. Ja, er hat Erwartungen. Er wartet von euch auf eine Nachricht und das ist seine Stimmung. Und das war mein drei Fragezeichen Orakel. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici